Harry und Meghan zogen nach ihrer Heirat in das Frogmore Cottage, aber offenbar hatten sie einen noch großartigeren Ort im Sinn. Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Jahr 2018 wurde von Menschen auf der ganzen Welt verfolgt. Nach der Heirat zog das Paar in das Frogmore Cottage auf dem weitläufigen Gelände des Windsor-Anwesens. Es scheint jedoch, dass das königliche Paar eine noch prächtigere Residenz im Auge hatte. Die Royal-Redakteurin der Sunday Times, Roja Nicker, berichtete, dass das Paar hoffte, in Windsor Castle selbst zu leben. Königin Elisabeth II. soll den Antrag des Paares abgelehnt haben, berichtet der Mirra. Hugo Vickers schrieb im Express, dass die Anfrage möglicherweise aufgrund von Bedenken, dass das Schloss nicht angemessen sei, abgelehnt worden sei. Er schrieb, es gibt leere Schlafzimmer und Suiten in den Privatwohnungen in Windsor Castle, die die Sussexes möglicherweise im Auge hatten, oder vielleicht einige ehemalige Wohnräume auf dem Schlossgelände, die in andere Dinge umgewandelt wurden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise nicht ganz angemessen ist, dort eine junge Familie zu haben. Das Paar, das zwei Kinder hat, lebt nach seinem Austritt aus der königlichen Familie im Jahr 2020 in der Gegend von Melizito in Kalifornien. Windsor Castle, das jahrhundertelang eine königliche Residenz war, war in ihren späteren Jahren der bevorzugte Wohnsitz der verstorbenen Königin. An der Stätte sind Generationen von Royals begraben, darunter die ehemalige Monarchin und ihr Ehemann Prinz Philipp. Vertraue und Grundff IPS Vertraue und Grundf ذichte